Jaaa! Umarmt die Dunkelheit in euch! Oh mein Gott! Werft Feuerwelle auf Gruppen und Gegnern? Jaaa! Das, das, das. Das. Und das. Die Orks tanzen also nach dem Ding dieser Frau, das Orks tanzen lässt. Auch ich kann Orks tanzen lassen. Und mit tanzen meine ich sterben, wenn ich sie mit meinem Klingenstab ketzle. Gut. Ah, da. Neun. Ah, dass ich es nicht hinsetzen kann. Einfach Orks dazugeben und pürieren. Das wird nicht unbedingt angenehm. Nö, soll ja auch nicht. Gut. Ähm. Hm. Ich muss jetzt überlegen. Ich kann zwei davon noch bauen. Da bin ich fast pleite. Gut. Ich kann zwei davon aus. Ich kann zwei davon aus. Ich kann zwei davon aus. Oh, super! Ich kann zwei davon aus. Das ist was für Regenweise nicht. Tag. Tag. Genau. Ruhe in Fetzen. Nö, noch nicht ganz. Na komm. Und wo kommen die jetzt? Da. Na dann. Dann lege ich erstmal da hin. Gut. Wir sind in der Ausfalle, oh yeah. Weg mit euch. Deine Füße tun weh. Na komm. Genau. Das wird ja schon mal viel besser. Das läuft doch. Na komm. Gut. Ähm. Acht. Ja will ich. Natürlich. Fertig. Oho. Ganz schön trailerisch für jemanden, der sich hinter einem Haufen dummer Orcs versteckt. Dein Orden kennt mich schon seit Jahren, Kind. Und ich kenne ihn. Ich gehörte ihn an. Ja komm. Perfekt. Der Ring ist echt gut. Ich brauche mehr Mana. Ja. Ein Bogenschütze ist außer Gefecht. Ja. Gut. Jetzt muss ich laufen. Laufen 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 laufen. Na egal. 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 Das geht gut. 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 Dann machen wir das ein bisschen anders. So. Acht. Mehr Defensivelle bauen. Du bist ja nur noch für die Reste zuständig. Gut. Nennt mir eine Richtung. Oben Schütze hier. Nennt mir eine Richtung. Oben Schütze da. 800 haben wir noch. 2 davon. Dass das Schmandteil da mehr verlangsamen wird. Seh mal ob das passt. Gut. Da. Oh. Du wurdest so lange gelogen worden. Kein Wunder, dass du die Wahrheit nicht erkennst. Weniger Geschwister. Mehr Orks bitte. Gut. Muss zurück. Weg mit euch. Weg. 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 Oh. Die sind zurückgelaufen. Na komm. Die Neue ist gefallen. Ja. Wir betreten den Spalt. Zeit für eine Pause. Ist das eine Leber? Du Heiland. Ähm. Ich dekoriere ein wenig um. Ich dekoriere ein wenig um. Paladine. Mein Bogen ist euer. Was kommt denn da? Ja. Bogen schützen. Gibt mir das Geld. Gut. Der hat das Vieh. Was für eine Sauerei. Ja. Ja. Aber lecker. Sehr lecker. Echt brutal. Gut. Zur Seite, Jonchen. Die Stacheln glänzen. Ich mag glänzen. Weg mit euch. Weg. Weg. Weg mit deinem Parkgeld zurück. Weg mit deinem Parkgeld zu. Weg mit deinem Parkgeld. Weg mit deinem Parkgeld. Du würdest andere Sorgen haben außer deinem Parkgeld. Weg mit deinem Parkgeld. Weg mit deinem Parkgeld zu. kiereilliert. Geh' in deinem Parkgeld. Jawoll. Was ist das? Hm. Neun. Ja, 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 ja. Klasse, komm. Neuljäger? Ne, guck mal. Na, komm schon. Perfekt. Was ist das? Na, komm. Initios. Na, komm. Perfekt. Geld, 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 Geld. Ich will nach Hause. Ja, ich will nach Hause. So machen wir das. Oh Gott, ein Glück. Gut. Zur Seite, Jonkchen. Nennt mir ein Ziel. Nennt mir ein Ziel. Okay. Drehen wir das mal. Cool, die Viecher endlich. Sehr schön. Kosten 700, die Dinger. Könnte da zwei von bauen. Oder mal. Könnte ich ein paar mehr bauen, ne? Könnte sie noch ein bisschen langsamer werden, dass sie sich nicht mehr bündeln. Jawohl. Perfekt. Denn. Gut. Das ist nochmal eine ein bisschen starke Defense. Ja. Komm und hören wir über die erste Ball hinaus. Sehr geil. Gucken wir, wie sich die Ora schlagen. Die kommen garantiert auch gleich. Super. Oh. Bei Headys wahrscheinlich. Jawohl. Es geht auf. Das hat gesessen. Jawohl. Ja. Ein Hirnding. Ein Hirnding. Einfach Orks dazugeben und pürieren. Perfekt. Genau. Wenn ich schon nach vorne schmache. Ah, da kommt Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Mach das dicke Ding kaputt. Der ist total lässig. Gut. Hier war kein Uga. Ganz genau. Sehr schön. Müsste der Feuerooger von hier kommen. Ach, Genolljäger. Nimm dir die Kolde zu ernst. Weg. Noch einer. Weg. Wow. Meine Verteidigung steht. Das ist schon mal hervorragend. Hier haben wir das. Hier haben wir das zugebaut. Ähm. So. Und hier drüben auch noch mal hin. Perfekt. Oh ja. Na. Hier haben wir das. Du kommst hier erstmal weg. Ich dekoriere ein wenig unten. Ja. Habe ich auch gerade ein bisschen vor. Moment, 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 Moment. Ähm. Das müsste funktionieren. Nur für dich. Perfekt. Auf geht's. Mal gucken, was sie mir diesmal so entgegenwerfen wollen. Bogenschützen. Die kassieren da vorne ja schon erstmal. Ich glaube, sie auch so weit kommen. Scheint nicht. Jawoll. Lass die Fallen das machen. Och. 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 Na. Na denn. Vielleicht noch etwas hiervon. Das wird Spuren hinterlassen. Da wird nicht mehr viele überkommen. Sie sind oben. Was? Kommt doch. Genau, sie sind oben. Darum muss ich mich kümmern. Was kommt denn alles? Ist das eine Leber? Tschüss. Mein Bogen ist neuer. Ich habe sie. Wecker. Falls da was kommt. Ich weiß, dass ich das gerade nicht so mitbekomme. Ja. Ja. Genau. Nennt mir ein Ziel. Bereit eurem Geheiß zu folgen. Ja. 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 So. Da kommt ein Dicker. So. Panzer der Ogre. Das hat mir schon fast gedacht. Ein Bogen schütze ist außer Gepächt. Bogen schütze ist gefeiert. Boah. Das hat mir schon fast gedacht. Ein Bogen schütze ist außer Gepächt. Ihr egelhafte Viecher. Das hat mir schon fast gedacht. Zur Seite, Jönkchen. Für den Orden! Kommt. Na komm. Wie lockt das hier ein? Das wäre jetzt mit Schaden passiert ne? Na komm. Das war ein Kamm. Kann ich mir was kaufen? Nö. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.